ja weiswurstfrühstück gibt es halt so freunde weiswurstfrühstück weil heute haben wir was fest das war zwei kleine weißbier und zwar ist ja noch früh am morgen um halb neunig normalerweise trinken wir da noch kein weißbier aber wir gehen heute mit bekannten nach andex da habe ich gesagt machen wir ein weiswurstfrühstück in der frühe wunderbar ich muss ein bisschen warten Kamerafrau ja ist am liebsten so leid da ruf mir da raus manche zutelns frische Brötchen ein wahnsinn rotaboy wunderbar und wir sehen uns dann später wieder richtung nex so jetzt sind wir mit freunden in andex jetzt trinken wir zuerst einmal Prost Prost Kamerafrau darf nicht auf unserem Frühstatt im andex genau wunderbar später haben wir uns eine Brotzeit tja jetzt sind wir gut versorgt Main-Sachsen Priezen U-Bazda wow graßen wir uns jetzt schmecken der Schweinsachsen ist jetzt immer wieder ein Sauertag ja lustig wir haben es nicht einmal gebackt jetzt die Haxen das nehmen wir halt wieder mit heim das ist auch noch was aber was wir uns jetzt genehmigen einen Obstlein einsechser oder trieb ich lieber einen Enzian ich weiß es noch gar nicht jetzt schauen wir mal wenn es nicht gelangen haben wir einen Obstlein so und jetzt werden wir unseren Enzian der verrückte Enzian Peterli Prost 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 auf euch wir sehen uns im Horror im Horror im Horror im Horror ooooh der ist gut der ist gut der ist gut im Horror der ist gut der ist gut also der zeigt durch der zeigt durch ist das der 40 PS der zeigt durch der zeigt durch ooooh da muss ich gleich nachdrehen Schluck nachdrehen Ein richtiger Genusstag. Also meine Freunde trauen sich. Freunde trauen sich. Also Peterlein, Schatzi, Prost. Auf euch. Auf euch. Prost. Das darf ich. Lass es euch schmecken. Aber mit einem Pussi, sag ich dir gleich. Meine Nase ist zu klein. Super. Sehr gut. Ein Traum hierherum, heute gehen wir mit guten Freunden. Also da genießen wir es. Wir werden ein bisschen länger bleiben. Wie lange, das sag ich euch nicht. Wir genießen heute den Tag. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern. Soll das nächste Mal in der Ferne. Ich hoffe, wir sehen uns vorhin. Wir sehen uns jetzt wieder ein paar Minuten, denn... ...kann die Frage noch mal.